Deutschland ist halt nicht überall gleich. Deutschland besteht halt aus verschiedenen Regionen. Altenburg ist nicht wie Berlin und Leipzig ist nicht wie Bitterfeld. Es gibt halt Unterschiede. Ich war heute in Leipzig unterwegs und habe ich ein Geschäft gesehen. Die verkaufen Proteinpulver und die leben davon. Das gibt es in Bitterfeld nicht. In Bitterfeld hat letzte Woche das Finanzamt Insolvenz angemeldet.